Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Nier Replicant. Ja, wir starten etwas anders da als beim letzten Mal, weil... Ja... Werde ich gleich erzählen. Zunächst einmal... Ja, wir sind hier im Schloss des Schattenlords. Der Schattenfürst. Und diese Passage habe ich schon beim letzten Mal gemacht. Also, ich kenne diesen Kampf hier gerade. Und... Naja, mir ist da ein bisschen was passiert. Ja, kämpft mal bitte lieber hier in der Mitte, nicht da hinten an der Tür. Weil mir ist es tatsächlich passiert, dass wir... Alle Gegner hier besiegt haben. Nebenbei alle von diesen... Keine Ahnung was hier... Schattenviechern... Die ganzen Tänzer hier... Sind Schatten, die wir bekämpfen müssen. Und einer davon hat sich hinter der Tür hier verbuggt. Also durchgepackt. So dass wir nicht mehr weiter konnten. Wir müssen nämlich jeden Einzelnen hier besiegen. Und... Ja... Ich konnte den hinter der Tür natürlich nicht mehr treffen. Weil ich kam ja nicht durch die Tür. Und daher... Nein, nicht da hinterbacken. Wir dir... Wir dir... Wir dir... Das machen wir nicht. Nicht... Du sollst den Typen da angreifen. Meine Güte. Die Magie scheint gegen die überhaupt nichts zu bringen. Nicht an die Tür. Wie? Ihr packt euch doch schon wieder durch. Da hätte ich nämlich gar keine Lust drauf. Weil ich... Hab halt seit dem... Äh... Letzten Part keinen Speicherpunkt mehr gehabt. Also musste ich... Äh... Ja, es hat nicht lange gedauert. Fünf Minuten vielleicht. Ich war wieder hier. Der Kampf gegen Devil and Popula. Den wir eben hatten. Hier. Die wir als kleine Fredita entpuppt haben. Hat am meisten Zeit gefressen. Aber es ging noch. Wie gesagt. Ein paar Minuten. Zwei, drei Minuten. Dann waren sie down. Schön gespeedtronnt gegen die. Ich kannte es ja jetzt auch. Und daher war das jetzt nicht so der Akt. Ah, die Stelle hier ist halt einfach so nervig. Es hört halt nicht auf. Jeder einzelne, ähm... Protogramm-Tänzer hier... ...ist halt ein... Schatten. Und den müssen wir besiegen. Und ich hoffe, dass es jetzt diesmal weitergeht. Weil ich hab hier sechs Minuten im Part verschwendet. Ich habe hier. Ich habe hier. Ich werde es nicht mehr auf dem Weg kommen. Ich werde die nächste Tür öffnen. Ich werde mich ab. Oh, wie ich liebe die Gute. Ah, nein. 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 Okay, keiner hat sich reingepackt. Oh, shit! Noch mehr! Oh, dann können die alle schießen! Gott, wie viele sind das? Jo! Muss die Viecher doch erstmal besiegen! Ist der ein Anführer oder was? Ein Wildschwein! Ja, von dem hab ich auch schon gehört! Muss auch zugeben, das gleiche gilt für die Enthüllung von Devil and Popola. Wenn man eben nach Thumbnail Bilder und alles mögliche sucht oder nach Namen von den Bossen erfährt man eben leider auch ein paar Dinge. Ja. Oh! Ein gepanzertes Wildschwein! Sieht aus wie so ein Gürteltier. Die waren da auch noch ein bisschen gepanzert. Und vom Rücken her sieht das so aus. Ja, komm. Na, wieso Hat das überhaupt Sinn? Ja, wir müssen das so oft besiegen, bis es eine ganze Panzerung oder so verliert hier, oder? Guck mal den Boden an! Wie viel Blut hier liegt! Okay. Ich glaube nicht, dass wir sie das letzte Mal gesehen haben. Ah, eine Waffe. Dragoner Pflanze. Okay. Ah. Ist jetzt aber auch nicht besonders. Äh, die hier ist deutlich besser. Wollen wir also jetzt nicht unbedingt. Kamera! Warum lässt sich die Kamera nicht bewegen hier? Ich hasse so etwas. Ich glaube, ich muss mich beeilen, oder? Es sollte mich wahrscheinlich nicht kriegen. Okay. Ich hätte direkt rennen sollen. Ist das unser erstes Game Over? I don't know. So. Aber nur, weil die Kamera so blöd ist. Ja, ist gut. Gut. Jo, ich bin ja dabei. Kann nicht so schön fliegen wie du. Lass mich raten, hier geht der Kampf gleich weiter. Ja, mit deinen leichten Tritten da, bestimmt nicht. Eines Anders, dass mittlerweile wieder repariert ist. Die Rüstung. Wieso kann er sich wieder regenerieren? Das ist unfair. Feier! Ah! Okay, it's here. Okay, it's here. Fertig nette catering. Fertig nette aus dem Pferd und Bord. Fertig nette Pferd und Kampfung ... Fertig nette ... Wo местen du hier? Fertig nette ... ... und Miette ... ... und hierkraten ... ...Immenez gut. Fertig nette ... Fertig nette ... Fertig nette ... Er war hier ... ... ich creue mich ... ... Ey ihr Penner! Ich wollte die Serien noch fortführen. König, nein! Geh, weiter. Arikulaasa. Ako. No! Open the door! You can't fight that thing on your own! Yukuku, Otaoki, Aruta, Wirtu! Kuruto, Ko, Chi, Iru! em, die ich noch nicht versuche. Ah, ich bitte. ? Ach so! Ah, ich bin nicht mehr, Aruta! Nur! Oh, ich bin nicht mehr! Oh, ich bin nicht mehr. So... Perua, Totschi! Verlade Perua, Totschi! Open the damn door! Knock it off already. Let's go. Kaine. He's fighting for you. And for Fira. Don't let him die for nothing. My friend. Meine Güte. Wie random kam das jetzt bitte, ey? Dass die einfach auftauchen hier. Dann kann ich mal verdammt einen Speicherpunkt bekommen, ey. Hab keine Lust, das ganze Rotz hier nochmal machen zu müssen. In einem verdammten Schloss hier gibt's nicht einen Speicherpunkt oder was? Die Schreie, die Schreie, die Schreie, die Schreie... Devela. Popola! Oh, look. You made it. We've been waiting for so long. Why are you doing this? It began 1300 years ago. Humanity, finding itself on the brink of extinction, undertook a last-ditch rescue plan called Project Gestalt. Do you still not remember Grimoire Vice? Then let's give you a refresher. Vice! My... Mind... I... I remember... Devola... Opola... You are not human... In fact... Oh, no. Yeah, sometimes the truth can be a real bitch. You want to finish that thought for him, sister? All of us, every person standing in this room, are mere shells created by the true humans. What are you saying? You still don't get it? You aren't human. So then humans, I mean the true humans, are extinct? No. They still live on. You know them as shades. Each shade is a twisted remnant of what was once a human being. Crazy, huh? Now let's skip the part where you stand there with your mouths agape and just get down to business. Wait. Wait! Sorry, but we're gonna be needing that shell of yours. The rightful owner has been waiting for a very long time. Please don't be angry with us. We are only doing our duty. Our endless existences have a single purpose. To control the lives of others in accordance with the will of the true humans. You have your own motives. You have your own motives. Your own desires. And we have ours. I fear it really is just that simple. Don't speak such foolishness. Ugh. Schon wieder ein Bosskampf ohne speichern zu können. You and us. We're the same. Tools in the hands of a master. No. I'm nothing like you. No. 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 Popola, are you crying? No, don't die! You know, Popola, I understand now why we're twins. It's because... because we were born without souls. Devola, I can't stop the bleeding. Oh God, I can't stop it. This world is too... too lonely for one without a soul. There's too much emptiness. Our souls are missing. And yet somehow our tears still work. It's kinda weird. Sorry, sis. I love you. Devola, Devola, don't you go. No, no, I can't be alone. Devola! Devola! Popola. Let's stop this now. Stop. Stop. Now you wanna stop? You think you have the luxury to stop? You cut down my sister like a goddamn animal and now you wanna stop? Popola, wait. Popola, wait. It doesn't have to... No one stops. It's way too late to stop. No one stops! No one stops! Please, don't do this, Popola. You and Devola were like parents to me. Those two have watched the world with her for time immemorial. The cruelness of such a fate is difficult. Alter, chill mal. I don't want to do this. I don't want to fight her. Stop bitching and start fighting. It's the only way. Sie wollte doch nicht anders. Vor allem, was heult ihr jetzt rum? Das hat man selbst dann schuld, wenn ihr mich angreift, oder? Dass man dann auch damit rechnen muss, dass man eventuell selber verlieren könnte? Ist doch irgendwo abzusehen. No stopping, ever. The bridge! Blast. The traps. I've got an idea. I fear we're done for. It'll be alright. You know, when I was young, I hated my eyes. And now that I'm older, I hate what my body has become. But there's something else there now. Something like pride, you know? I mean, without all this, I couldn't have become your friend. Goodbye, my friends. Thank you for everything. Emile! For so long, all I could do was destroy. But now, I have a chance to save something. No! Now get going, okay? Emile! Don't worry about me. I'm gonna be fine. I'm gonna be fine. Emile! 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 You jackass, get back here! Emile! It's all over! Oh, dear. Kainé's so unstable, and Vice can't stop arguing with people. I hope they can hold it together once I'm gone. Well, I guess they'll just have to learn. I... 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 I want to... ...see you again. I want to see all of you again. Just one more time. I'm scared. I don't want to die. Holy shit. Er hat ein alt schwarzes Loch erzeugt hier, oder was? Warum sterben sie alle? Wer hat ein alt schwarzes Loch, oder was? Ah! 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 Oh, Gott. Let's go. Wo vorbei ist diese Plügelei? Sagen wir nicht, hier gibt es immer noch keinen Speicher. Spiel, come on. Wieso wir verarschen? Leute, das war's mit Nier Replicant für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne über die Feedback da, positiv oder negativ, Blatt euch belassen. Wir haben mit einer kleinen Bekündigung, was dir gefallen hat und was nicht. Und ja, wir werden mir freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir weiter nach Jonas suchen und nach dem vermissten Speicherpunkt. Bis dahin. Ciao, Leute.